Ich hab's eh immer noch nicht gelöscht. Ladies and Gentlemen, ich hab's eh immer noch nicht gelöscht. Wir sind Team Jimmy Joule, wie ihr bereits wisst, denn ihr seid auf unserem Channel, hoffe ich, für euch, Arschlöcher. Nein, wir lieben euch. Wir spielen mal wieder Far Cry 5. Ihr habt's ja gesehen. Das letzte Video war extrem exorbitant überkrass geil, glaube ich. Und jetzt, äh, schieß ich auf irgendwen. Nein, nicht zum Gefängnis. Äh, 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 äh. Siehst du den Marker denn gar nicht? Doch, aber da hat einer geschossen und ich wollte mitmachen. Äh. Da achtet die Fracks, die da auf der Straße liegen, das war, das war ein Unfall. Ja, die toten Geiseln waren ein Unfall. Das hat doch nicht immer alles. Die wollten uns, äh, Pizza klauen. Ja, dumme Idee. Man klaut uns keine Pizza. Ja, Frechheit. Weißer, ich brauch Pizza zu bestellen. Ach, tu dir keinen Zwang an. Ich will das Medi-Kit nehmen, warum geht das nicht? Ja, warte mal, dann komm doch erstmal her. Hinter mir ist du... Du kannst es auch nicht lassen. Ja, aber du hast so volle HP, wenn du kein Medi-Kit gerade nehmen kannst. Das ist ein Argument. Hab ich dir schon erzählt, dass du eine Schweinenase hast? Ja, aber das war das schönste Gesicht-Ausloss noch nicht. Also, für meine Begriffe schönste Gesicht, ne? Was willst du sagen? Das war ein schöner Headshot. Sollen wir mal wieder runter zu der Jägerin? Vielleicht hat die noch ein paar neue Sachen. Ja, das können wir machen. Wo ist ja die Leiche für den Eintrachter? Ja, wir haben jetzt auch relativ viel gekauft, wa? Äh, relativ viel gelangtut, meinte ich. Geld gemacht wird. Wo ist sie denn? Äh, keine Ahnung. Bis die Omen oder unten? Ich weiß nicht, aber vielleicht treffen wir noch mal. Jetzt ist sie verschwunden, wollte mich verarschen? Doch, sie ist verschwunden auch scheiße. Das wandert so ein bisschen wie damals bei Fahrer. Weil das wäre ein bisschen sehr hart gewesen, was das Wandern angeht. 12 Kilometer südwestkirchen. Ja, das... Von jetzt auf Leiche können wir bestimmt noch eine finden. Da ist ein Unterstieg. Ja. Wow. Das ist so bestimmt eine Sprungschanzebene. Ja, ich glaube auch. War auch mein erster Gedanke. So, jo, da hat man... Aha, sieh an! Jimmy, du fährst, ja? Oh, da ist ein Auto. Wo kann das denn noch hin? Ja, gleich Ü drücken. Okay, ich kann den Radiosender nicht wechseln, weil ich mich dann mute. Das bringt halt so keinem was. Das ist schwach. So Spaß machen wir nicht. Da ist ein Bär! Hey, da ist ein Bär! Hast du ihn? Nein, das finde ich nicht! Der lebt noch! Scheiße! Ich glaube, er hat daneben geschossen. Ja, ich glaube ich auch. Ja, gut. Hast du schon wieder ein Auto? Nehmen wir das! Der Bär rennt immer noch. Hat er Kluges? Okay, wir machen das so. Du einen, ich einen, ja? Ja, ich habe den Rechten im Visier. Scheiße, jetzt muss ich Luft holen. So viel zu scheiße, jetzt muss ich Luft holen. Naja, ich habe Chavi auch so. Ich will den Truck. Was? Ja, red weiter. Komm, sprich. Kenne ich nicht. Das Problem ist, Sharky ist dumm wie Brot und sein Plan besteht wahrscheinlich nur aus einem Wort. Feuer! Ich mag Sharky Boshow. Aber dass die aber auch immer so viel reden müssen. Mhm. Ist was passiert? Ich habe die Jungfrau aber auch gesehen. Jetzt überfahr ihn nicht, wenn wir den Schuh gerettet haben, bitte. Ich glaube, das habe ich schon. So, boah, ja, der liegt da. Tu leid. Ach, sieh an. Wer ist denn da? Und was macht der da? Echt? Den habe ich nicht getroffen. Oder eigentlich den Büffel. Naja, egal. Warte kurz. Büffel war schlauer als die Menschen. Na, jetzt nicht mehr. Jetzt steht der falsch. Tu, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich halte extra an, um zu warten. Du hast aber in der falschen Richtung gewartet. Ach so. Das war ich schuld. Wer sonst? Da kann man was kaufen. Man kann erstmal was töten. Ja, dafür habe ich dich doch. Ach so. Ach so läuft das hier. Lorna's Truckstop. Hier ist ein Vorteilpunkt in der Ecke. Jo. Okay. Das wird es nicht eigentlich mal ein paar haben. Für ein paar mehr Waffen. Ja, ich glaube aber nicht acht. Wahrscheinlich nicht. Ach, hier kann man nur ein Boot. Alter, schießt du? Ja. Schießt du? Ja. Hier kann es sich nur ein Boot nie. Ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Wenn dann klaue ich eins, aber ich miete doch nicht. Nein, hier kannst du alles kaufen. Nicht nur Bode. Ah, okay. Okay. Oh nein, nur Gegenstände. Vergiss, was ich gesagt habe. Habe ich schon längst. Was wollte der von mir? Aber ich habe mir mal wieder eine Schutzliste gekauft. warte. Ich Circuit. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Hilfe你在powne, dieser Scheiße. Munition kann man sich kaufen, und Boote. Warte mal kurz. Alter, da ist ein Flugzeug, sollen wir ein Flugzeug fliegen? Ja, sollen wir. Aber, nee, das ist zu teuer, ich habe 2 700 kost 2,5. Ich habe ein Boot, wenn du möchtest. Da hast du die echt abgeschossen, ja? Natürlich. Das sollten wir Actually nur in die Luft hier haben, mach? Alter ist ein Flugzeug, das ist ein Flugzeug, das ist ein... Ja da ist ein Wasserflugzeug. warte kurz ich jag das ding noch in die luft habe ich denn noch was in die luft ja ich hab noch genug kann man ja nicht erst hilft ein päckchen auch keine ahnung bestimmt sieht nicht so aus vorratsfahrzeug erzeugt ich mag diese halluzination solch halluzination ich fahr mal blöd willst du oder soll ich fliegen möchtest du ja flieg du weil ich weiß dass der der nicht fliegt der sie nicht weiter als den kopf des fliegers und du es aufnehmen dann eine weltwelle anderen seite weißt du wie ich fliege ich bin ein und bist du erst mal auf kisten keine ahnung ich bin cool ich bin gegen die strömung man merkt es wirklich das ist ein das war ein Zompern dafür ist es aber für mich zu verschwinden ich habe auch gleich wieder welche gekriegt oh ich habe nur noch einen ich hoffe ich weiß das fliege immer noch so leicht wie vorher du kannst mir eine Munition das geben oder ihr könnt es nur übergeben Frieden müssen Mike ein Они wurden dazu zu gegrö Abram die Witch das ist dein in 1, 2, 3 Ach, ist das schön Oh, Alter Boah, ist das Ding langer Das sieht relativ einfach aus, ne? Ja, W&S zum Steuern, das ist mega einfach Man will sich denn sterben! Das ist ein Schein, das ist ein Schein, Jimmy Kannst du draufschießen? Nein, ich kann dir nicht draufschießen Schade Flieg erst mal zu unserer Mission, dann kommen wir weiter Ja, ich bin ja schon dabei Ob man das Feld voller den Blumen da abfackeln kann? Man kann hier alles abfackeln, glaube ich Sollen wir das Siesta oben rammen? Falls du das siehst? Ja, ich sehe das, aber meinst du, das wird uns überleben? I wanna try Weißt du, ich bin im Fliegen bin ich jetzt gerade okay, aber was landen könnte ein Problem sein Einfach aussteigen, wir haben Fallschirme Ich wollte gerade sagen, bereite dich schon mal auf den Fallschirm vor Krass, wir steigen gar nicht, aber wir fliegen seitwärts Hallo Jimmy, achte auf die Straße Was ist das so doof, wer macht der da? Ich wollte ein bisschen mehr Speed Gain, damit ich das hier machen kann Einmal mit Brot Ich guck mal, das ist noch ein Flugzeug, willst du auch? Ne, danke Oh, oh Da bin ich einmal den Vorteil, als wenn du auf einmal sehe ich hier Loopings und Rollen und Loopings? Ne, hier keine Loopings Wir werden so sterben Naja, okay, das sieht ja mehr als einfach aus Das ist ja so Mega einfach Und gleich fliegt's vor, wir sterben alle Arcade ist doch nix hier, ich glaube, das ist ne eigene Ne, ich hab mir extra jetzt kurz vorher hier alles angeschlossen, das komplette Flight Kit Achso, also Mit Schub, mit Gasregler Schub, oder hast du nicht gesehen? Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich Alles, was... Zeich Was wolltest du mir mitteilen? Ich hab geschossen Achso Mit dem... imaginären MGs Achso Ich versuche uns mal das Flugzeug zu erhalten Oho, ooo, das ist ein Wasserflugzeug, also wirklich das wir hier nochmal starten können? Ob nicht, es hat ja auch Rollen Oh stimmt, es hat Rollen Ach, da vorne, die ganzen. Die werden gerade von einem Puma angegriffen. Lass mal kurz warten. Wohin willst du denn? Ja, hab ich mir gedacht. So, gehen wir looten. Es ist angerichtet, das Essen ist serviert. Was läuft da gerade drüber? Troutan? Ein aggressiver Troutan, so wie es aussieht. Im Ernst? Das ist jetzt nicht witzig. Da hat der Troutan die Geisel gekillt. Wo, ja. Da liegt noch eine Kuh. Der Troutan ist amokelaufen, Alter. Die kann man übrigens nicht, äh, ne? Weil Kuhfleisch wäre zu gewöhnlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Alter. Die Musik ist scheiße, meine Fresse. Warte kurz, geh da weg. Ich geh mal Munition. Ich bin ein bisschen out of... Ja, komm, komm her. Bleib da stehen, du Mongo. Ich wollte nur das machen, was du nicht konntest. Ich hab das Ding da direkt eingesammelt. Ich wollte nur, dass die Musik aufhört. Du musst ja nicht jeder wieder alles in Brand setzen, oder? Doch. Ich war schon immer ein Versuchter. Guck mal, sieh mal an. Hier, da gehen wir jetzt rein. Äh, was? Okay. Okay, hin auf der ist mein Teil. Hier liegt eine Leiche. Und ich hab Dynamit aufgehoben und Schnaps. So würde ich auch sterben, umgeben von Dynamit und Schnaps. Entweder das, oder mit meinem, ist ja auch egal. Du meinst mit ganz vielen Nu-Ten. Warum ist der Punkt jetzt da und nicht mehr hier? Ja, weil der eine nur Wendem war und der ist richtig. Fliegen, oder? Das ist 100 Meter entfernt. Okay, ja. Wie wenig hielt der sich denn? Der ist tot. Wir haben einen Zivilist gerettet. Ich glaube, das war das Fassel, was da vorabgehauen ist. Äh, ich bin da irgendwie wieder abgestiegen gerade. Ich hab dir Munition gegeben und bin währenddessen abgestiegen. Ja, bei E ist das Gleiche, ne? Ja, bei E drücken wir bei E, ne? Wie im Battlefield. Einmal im Profis. Ja, hol dir lieber den Typen da. Warte, 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 warte. Bleib einfach mal. Fahr nochmal ein Stück zurück. Ja, ist doch. Da ist ein Rucksack. Lass uns den looten. Yeah. Ja, da hat man einen Roller gemacht. Gut, das ist doch der Seite des Gesetzes. Draußen bei Ray Ray wällt schon seit Stunden ein Hund. Das kann nur Boomer sein. Irgendwas stimmt da nicht. Er ist sonst so ruhig. Ist der Hund, den ich ihm gestreichelt habe? Nein. Da hab ich mir fast gedacht. Aber es ist das übelst nervig, dass E einfach für alles da ist. Das stimmt. Aber wenn er drudert. Der macht das Ding kaputt. Absteigen in fünf, vier, drei, äh... Ich steige aus. Ich wollte ihn grad neifen, Alter. Wie sieht der sich denn? Na, du kleiner Süßer, du. Ja, geil, läuft doch nicht weg hier. Hallo, Hund, hallo. Hallo, Hund. Hallo, guck mal, er spielt. Oh, süß. Hier, Kasse plündern. Geil. Wow, das sind richtig gute Menschen. Ich glaub auch. Hast du den Hund jetzt abgeknallt? Nein. Ich dachte, ich frag mal. Hab ich. Weil, ich trau dir da nicht so ganz. Es ist aber... Nobel? Ich weiß. Ja, nehmen wir es Nobel. Aber die haben hier auch alles niedergesifft, was am Leben war, wa? Nein, naja. Das sind halt... Naja. Niedere Kreaturen. Amerikaner, meinst du? Die Rache folgt sofort. Gott liebt Amerikaner. Nee. Ich glaub, das glauben selbst die Amerikaner, ne? Ich kenn da welche, du. Ich kenn da welche. Ich sag mal so, ne? Schön, dass man auf alles raufklettern kann, auch wenn's keinen Sinn macht, aber nö. Ey, wir müssen doch eh was mit Boomer machen, glaube ich. Streicheln musst du den. Ja, wir kenn ich nicht, weil der immer wegläuft von mir. Was ist denn, Mann? Weil der dich nicht mag. Ja gut, das ist verständlich. Ich mag Wunder auch nicht. Guck, er hat dich lieb. Oh, süß. Abstechen. Nix da. Das ist der Hund. Naja. Ich will Boomer auch mal streicheln. Sweet. Weißt du da auch irgendwas, auf was ich schießen kann? Ja, da kann ich auf was schießen. Ey, Otto. Oh, ja, ist schon tot, na doof. Hast du mich gerade abgeknackt? Ich weiß es nicht, eigentlich hab ich neben dich geschossen, aber... Ich bin ziemlich sicher. Ich hab aber eigentlich nie, nicht geschossen, jetzt ernsthaft. Wow. Kommt die Granate her. Ich hab gerade Kaliber 50 aufgehoben, wenn du noch was haben willst. Ich hab welche gekauft. Jetzt haben wir hier mit Boomer und wer jetzt hinterher. Ja, ne. Der kann nicht resten, der Hund kann nicht resten. Ah ja, gut. Wie jeder gute Hund. Dafür sind sie gut. Dafür hat man sie gelassen. So, ich geh auch mal in den Shot, mal gucken, was man da so machen kann. Munition. Nein. Beute verkaufen. Ich weiß nicht, ob man die heute braucht. Ich glaube nicht, sonst könntest du die nicht verkaufen, oder? Ich verkaufe noch alles. Es war halt einfach schnell verkauft, wenn dann... Ja, hab ich schon gesagt. Ja. Was gibt's denn sonst noch so? Werkstatt, Silberbahn, Beute, Gegenstände, Munition, das ist alles. Ich wollte aber Waffen haben. Nein, die gibt's doch wirklich nur bei der Jägerin. Ich hab dauerhaft ein Stück HP zu wenig, irgendwie. Also, auch nachdem ich mich geradstilte, war sonst irgendwas. Ja, ja, ich komm ja schon. Ah, ne, keine Ahnung, was das... Also, ich nicht. Ich hab die AP-Anzeige gerade gar nicht, weil ich voll bin, Alter. Meinst du, der Hund läuft von rein hinterher? Warum ist das Ziel auf einmal so weit weg? Das ist ein anderes. Okay. Nö, bringen wir uns ruhig um. Das ist so negativ hier. Da ist ne Geisel. Ja, Boomer zeigt uns so hin. Alter, ich will die Waffe nicht wechseln, wenn ich die befreie, verdammte Scheiße. Das wird mir jetzt schon auf den Sack. Also, es geht mir jetzt schon auf den Sack. Das wird auch wahrscheinlich... Hast du gerade was ge... Alter, ist ein Bär vor uns. Da war ein Bär vor uns. Kopfschuss hilft auch bei Bären. Okay. Wo ist deine Leiche? Hier links. Hier links. Ich fahre nachher. Alter, der Schuss ist aber einmal mies durchgegangen, würde ich sagen. Hast du das auch? Wer ist er? Und was macht der hier? Warum hängt der hier so rum? Wow! Hinter uns. Den hast du. Und den da vor uns? Den fahre ich. Und die Geiseln bitte nicht töten. Habe ich nicht. Zu spät doch, hast du. Die sind rausgef... Habe ich nicht. Warum steht da gerade, töte keine unschuldigen Zivilisten? Kann das Ding mal stehen bleiben? Weil du das warst wahrscheinlich. Ich glaube nicht an Glück. Ich schwöre dir, ich habe keine Geiseln getötet. Danke sehr. Danke sehr. Ich weiß nicht, wie ich die befreien kann. Auf dem anderen Auto waren Zivilisten. Da, wo ich hinterhergelaufen bin. Ah, hier sind auch welche. Hier sind so ein Knöpfe, den du hinterher gehen musst. Ja, du kriegst halt Essen. Hier ist die Waffe, hier ist ein RPG, du Nigga. Oh. Ja? Nö. Ich finde mein Dingster besser. Mein Dingster. Überlegen, habe ich dir jetzt schon Vorteilspunkte genug? Gute Frage. Guck, ich habe neun. Ja, habe ich. Oh, ich habe auch genug. So ein großer Unterschied dürfte jetzt zwischen den Vorteilspunkten zwischen uns beiden sein. Tatsächlich nicht. Aber jetzt kannst du den nehmen mit freien Slot. Das war wie ein RPG dabei. Oder willst du den haben? Kann Boomer auch leveln, ne? Ja, ich weiß. Aber musst du voll viel Missionen für machen. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Wir müssen ein Lieutenant besinnen, können wir das erste, äh, können wir noch mehr halt tragen. Findest du das nicht, komisch, dass eine Katze bellt? Nein. Okay. Es irritiert mich ein bisschen, aber sonst überfah sie nicht. Tue ich doch an. Haben wir mit der jetzt schon geredet oder nicht? Ja, haben wir mit dem anderen auch. Aber ja, immer nur so ein Zeichen über sich. Ja, ich habe das einfach nur, weil gerettete Geisel oder sonst auch scheiße. Deck mich am Arsch, Boomer hat aber Speed drauf, oder? Ja, wow. Ach, das war die Fahrhilfe. Egal, das ist uns das Freiräumen. Natürlich, aber lass mal vorher den hier killen. Nicht am Schlüssel. Na. Gut, dass wir hier angehalten. Äh, ich werde... Ja, ja. Da habe ich ihn, nein, natürlich nicht scheiße. Das will ich nicht, warum auch? Es ist eine Reaktion, ja. Ah. Einhabe ich. Soll es sein, wenn wir mit Y und S durchzugucken, glaube ich. Ich glaube auch. Also, guck mal jetzt hier, was uns angezeigt wird. Schöne Meld. Boomer ist aber eine gute Hilfe, oder? Wer ist ein Hund? Zeige dir. Oh, ich habe den Bären freigelassen. Ich wollte ihn töten. Okay. Ja, wie viel kommen denn davon noch? Alter, was ist hier los? Hier explodiert alles. Ja, mein Wokka-Launch, hast du den jetzt in den Drängen schon wieder vergessen? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist gestorben. Nee, der stand direkt hinter dir. Oh, gut, dass da eine Zwischensequenz kam. Ja, das glaube ich auch. Das sind doch Wetnecks. Komm, das ist doch 1 zu 1 Wetneck-Life. Natürlich, ist es ja auch. Das macht ja so viel Spaß. Der Bär ist weg. Hast du aber einen Arsch vor Glück gehabt. Alter, ich kann mal Waffen kochen, endlich. Und Äpfel. Ja, dann gucken wir mal, was so abgeht, ne? Shop-Produkte werden abgerufen. Wawufen. Ich brauche 7000 für die SA50. 7200. Ja, die geht doch bestimmt noch ohne freier Start. Ja, aber die kann ich noch nicht spielen. Erreiche insgesamt 3 Widerstandsstufen in der beliebigen Region. Achso, ja, ich gucke bei der ersten. Achso. Und für Jacobs Seed bekommst du Jacobs Gewehr. Das wäre dann auch eins. Das wäre denn die beste. MBP 50, 8 Achtersteuer, genauso wie Jacobs Gewehr. Kabinat, 8 alte Flamme. Ja, aber guck auf die Werte, oder? Und dann würde ich Jack aufs Gewehr, oder halt die MBP 50. Naja, die MBP 50 sind genauso stark. Genauso stark. Ist genau gleich. Ja, ist das gleiche im Endeffekt, oder? Ja, genau. Warum ist die SA50 denn schwächer? Weil dafür wahrscheinlich, dafür schießt die Feuerwehr deutlich höher. Ja, gut, okay. Ja, gut, aber das heißt ja im Endeffekt, gut, du musst nur spielen. Du musst nicht wie in den Farquests zuvor sammeln oder so. Das finde ich jetzt eigentlich keine schlechte Neuerung, muss ich sagen. Es gibt eine Ziville. Können wir uns mal über ein Thema unterhalten, wo wir dann beide Ja oder Nein sagen und nicht das Thema 500 Mal wechseln? Ja, du hast recht, aber ich hätte gerne den Magnopulsar. Wo ist der denn runter? Mit dem komischen, kreisförmigen Ding da ganz am Ende. Es gibt eine MP40. Ja, und Angelrouten kannst du jetzt kaufen. Ja, die kannst du schon von Anfang an kaufen. Ah, okay. Feuerratte 4. Krass. Ach, guck mal, im Besitz, dann kannst du sie gleich mitnehmen, Digga. Das heißt, du musst wirklich nur einmal kaufen. Ja. Magnopol, älter. Schaden Null. Na, ist wahrscheinlich so eine Wegstoßwaffe, oder? Ich habe keine Ahnung, was das Ding sein soll. Ne, hier wie bei, ähm, ohne Tekken, ne, Skorpion. Ähm, wie bei, ähm, wie heißt jetzt das Spiel? Nicht GTA, der ist, der ist abklatsch. Ach, du weißt, was ich meine. GTB? Alter, der war nicht. Oh, ähm, ich komme nicht auf dieses verrückte GTA mit Aliens und so. Ich komme nicht auf den H. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Gut, dann muss ich sagen. Ja, was gibt's denn hier an Schotflinden? Meine Herren, da ist aber eine gute Auswahl dabei, ne? Oh, ja, eine MP5 SD, die ist genau das Richtige. Aber kann man hier keine Waffen modifizieren? Das nervt mich ein bisschen. Das war eigentlich immer nur ein schöner Teil von Far Cry. Naja. Schade Scheiße. Wobei, kann man die Safe nicht, äh, modifizieren? Ich weiß es nicht. Aber du kannst dir ein Outfit kaufen, wenn du deinen nicht so geil findest. Hab ich gerade. Oh, Rainbow Siege, äh, Rainbow Six Siege Gründung, äh, Rüstungspaket. Ja. Ich mach mal kurz, Leute. Ihr seht ja in der Aufnahme ewig heiße. Baseball Muscle Car, mhm, MP5K kannst du freischalten für 20 Mäuschen. Freue ich nicht. Ist ja keine Sidearmwaffe. Ist ein Argument. Ich seh sie hier nicht. Das siehst du nicht. Das, äh, ach da ist das Outfit. Kann übrigens sein, dass ein Overlay eh nicht aufgenommen wird, also von daher. Ja, das wäre nicht verkehrt. Und wenn doch, ist es halt so. So, liebe Leute. Wenn, dann laufen wir in Cool rum, oder? Weil das Mediz besser aussieht. Cool. Ich lass diese Aussage einfach mal so da stehen, ne? Hier das Veteran würde ich nehmen. Oder Speer. Ich nehm Veteran. Oh, hast du das denn jetzt gedacht? Ganz oben. Hope County Baseball Muscle Car. Naja. Das sind schon ein paar coole Outfits dabei. Also, so einzelne. Naja, so ist das. Naja, komm, ich hole mir die MP5-Carboy eh nicht. Die Club-Punkte. Ja, eigentlich nicht, ne? Aber die jetzt eigentlich modifizieren, hast du was gesehen, ey, ne? Nö, keine Ahnung. Naja, liebe Leute, wir sind halt dabei. Und ich hab' ne Angel. Das ist jetzt das, was du mit nahen Hubeleute... Ich hab' ne Angel, jetzt ernsthaft. Ne, ich versuch' dir grad' den Arsch mit dem Ding. Oh, gut. Und dir gefällt's auch noch. Du kannst auf jeden Fall Munition. Doch, guck mal, aufsitzen. Sieht so aus, als ob sie dir nehmen können. Ich frage das mal wie. Es sieht so aus, ne? Ja, oder? Ach, du kannst das Ding auch vollautomatisch schießen in den Scharfschützen. Ja, wohl, ich meine EBP, meine... Du tue eigentlich. Aber du hast noch verschiedene Munitionsaar, wo ich noch nicht so ganz raus hab, wo du herkriegst. Du musst wahrscheinlich freischalten, ne? Gebe von aus. Das, glaub' ich, allerdings so. Du hast ja sowieso gesagt, so, die befreundet, wolltest du jetzt aufhören? Also die auch mal beenden, oder? Eigentlich nicht, aber eigentlich, doch. Naja, komm, komm. Ja, komm, komm. Wir machen mal hier mal hier mit einem Break, liebe Leute, wir haben ja hier schon ein bisschen was die Quatsch gemacht. Deswegen sag' ich mal, äh, ganz höflich, bis dahin und bis zum nächsten Mal Würsingkohl.